Nein, danke. Pardon? Ich hab Nein gesagt, danke. Hallo. Hallo. Ei, ei, ei. Wieso sieht es bei dir aus wie ein Planet der Affen? Weil meine Abgeordnete gestern mit Freunden das Brexit-Jubiläum gefeiert hat. Ah, verstehe. Ist das schon ein Jahr her, das Referendum? Die feiern es jede Woche. Immer montags. Bis zum nächsten Mal.